Hallo alle, ich heiße Anastasia und ich komme aus Russland, ich bin neunzehn, ich studiere hier internationales Management und wenn ich hier aufgekommen bin, es war sehr überraschend, alle waren so freundlich, alle haben mir geholfen und es war super schön, ich habe das nicht erwartet und bis jetzt und ich hoffe, dass es weiter auch so wird, es ist eine super tolle Atmosphäre und das Studium mag ich auch und ich danke internationales Team für ihre Hilfe, alles ist super, super schön, danke. Vielen Dank.